Oh, jetzt sind wir hier. Autounfall. Baue einen Autounfall. Autounfall. Entecentrales. 10392 muss in der Fahrt liegen. Unwissbar. Gehe nach der Fahrtseite und bringe ihn in. Cool. Ich muss wirklich nahe zu dem Dome-Exit. Ich muss rauskommen. Ich muss rauskommen. Ich muss rauskommen. Ich muss rauskommen. Das ist ein Schuss. Herr, der Schuss ist nicht in der Fahrt. Ich sage, der Schuss ist nicht in der Fahrt. Ich muss rauskommen. Ja, okay. Das ist heute ja passiert. Schönen Sumpf. Ich muss rauskommen. Der Schuss ist sicher. Ich beginne zu suchen neue Schuss. Okay. Cool. This is right ahead. I'm going in the right direction. 10.392. Can you hear me? Surrender now, and this will be over. Cool. Aber nein. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde hier verschwinden. Ich werde aus dieser Kuppel verschwinden, ja. Und ich werde die ganze Welt außerhalb sagen. Sending a damn helicopter to catch me? Really? Sending a damn helicopter to catch me? Really? Stop running and surrender now. Subject 10.392. Turn yourself in or be neutralized. Yeah? You'll have to catch me first, you jerk! Okay. So nämlich. Subject in sight. Administering directly into rounds now. I can't believe that these guys are shooting at me. Moving to the opposite side. Alter. Er war erschossen. I can't believe that these guys are shooting at me. ok ufff ufff Ich kann es nicht glauben, dass diese Leute auf mich schütteln. Ich kann es nicht glauben, dass diese Leute auf mich schütteln. Ich kann es nicht glauben, dass diese Leute auf mich schütteln. Wie war denn das? Wie musste ich noch mal wieder... Wie kann ich denn diese Scheiße verschieben? Ich kann es nicht glauben, dass diese Leute auf mich schütteln. Sie fahren 10.392 aus dem Husten. Geh mir allein! Geh mir allein! Schmerz! 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 Oh mein Gott! Ich kann es nicht glauben, dass diese Leute auf mich schütteln. Nein! Nein! Oh, bitte, bitte, bitte. Schnapp. Okay, so. Also, ich kann da nicht drüber springen. Okay, ich weiß auf jeden Fall, was ich jetzt noch was zu tun habe da. No hit! No hit! I repeat, no hit! Would you please just leave me alone! 10.392 is not down! Is not down! Driving 10.392 out from their hiding spot. Target missed. Subjects still in cover. I'm just an Account Manager. Why are you shooting at me? Ach so, ich muss das dann weiter schieben. Ah, okay. Ich verstehe. Ich weiß jetzt, wie, was und wo. Would you please just leave me alone! I'm just An Account Manager! Why are you shooting at me?! Oh, hire me. so einmal hinter stehen einmal hier hinter stehen bleiben das ist so dumm das ist so dumm der ok 2 Nein, lass mich in Ruhe. Er wird versuchen können. Aber wo soll ich da dahin? Also Nein, 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 nein. 10.392 ist in der Körner. Ich weiß, ob er ist. 10.392 Der Bezüge ist eine Stärkung der Bezüge. Geh mal sofort. Gehebe die Wunschung und umschreiebe. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Das war knapp. Jetzt, wo bin ich? Oh, komm mal, wie komme ich zu... Achso, ich verstehe. Ich muss da, irgendwie. Okay. Um... So. So. So, einmal auf die anderen Seite. Cool. Ja, komm, mach auf. Gut. Jetzt kann ich diese Sache nach dem anderen Seite der ganzen Station. Perfekt. Also, wie die Leute hier sogar finden? Obwohl ich mich, diese Ort von Arcadia betrachtet viele Besucher. Ich glaube, hier sind einfach keine Leute. Okay. 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 Huh. Hier gibt es ein Schuss. Ich könnte wirklich die Möglichkeit, Angela zu kontrollieren oder manipulieren. Ich werde da drauf springen und dann... ...auf die andere Seite. Naja. Einfach wie Landwälte. Ach, Junge. ... ... ... Oh, nein! hi on target ich muss doch schon lange irgendwann draußen sein ich bin so close ich bin so close ich bin so close eine meile noch eine meile ok ja wie riesig das ist und Oh, nein! Es ist kein Weg raus. Oh, was mache ich jetzt? Es gibt eine Strecke dritte. Wenn nur Angela hier wäre... Verdammt! Es ist vorbei, 10.392. Es ist vorbei. Es ist einfach nicht so dumm. Es ist einfach nur deine Hand und zurück. Okay, okay. Ich, ich gebe. Ich gebe. Ich habe mich mit gefährlichen individuellen für meine gesamte Karriere. So meine Maßnahmen, extrem oder nicht, sind nicht für eine Diskussion. Das ist die Art ich arbeite. Period. Wenn du für ein bisschen tender, liebige Wettbewerb, hire einen Babysitter. Aber wenn du sicherst, dass niemand die Stadt verlassen, ich bin dein Mann. Ich habe ihn. Was? Nein! Ich habe gerade... Wir haben 10.392. Wir bringen ihn zu der Strecke.